Ja, und Aron meinte auch, du kannst dich immer wegfahren. Oh, deiner Marzah. Komm, bist du noch Lisa nach dem Jubiläum, oder? Ja. Nein, ist ja kein. Ja. Ey, es ist so kalt. Karin Hopperstraße. Wo steigst du? Nee. Nein, wir fahren mit Aron. Ja, also die haben ja viel zu tun, wenn man sich dann entschließt. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017